Juuuuhuuu! Als Sigi in der Wiege lag, da war's schon zu sehen. Das Kind wird wunderschön, wen stammt Bild aus der Tee? Die Männer wurden grün vor Wut, die Mädchen in der Stadt. Sie sagten nur kein Eid, wer hat der Hatt? Was kann der Sigi denn dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigi denn dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun so, als ob schöner ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es sowas Schönes gibt. Was kann der Sigi denn dafür, dass er so schön ist? Ist nicht der Sigi ein süßer Kavalier? Und dass er immer bei den John und Björn gesehen ist. Was kann der Sigi denn dafür, dass er so schön ist? Amik4 Amik3 Amik4 Amik3 Amik4 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 Ich bin für euch da!